Ach, halt's Maul! Laufen! Jo. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Boah, wie schnell mein Schild und so sich auflädt! Fett! Äh, Shanturi wieder! Shanturi, komm wir f- Geh'n ab schnell nach Shanturi! Jo. Tschüss! Wir brauchen jetzt einfach nur noch durch, irgendwie. Ja. Hm, hab ich doch gesagt! Ich brauch' euch durchraschen. Raschen! Halt's Maul! Ja. Wir können die optionalen Quests, können wir immer noch machen. Ja, ja. Wenn wir Lust haben. Dann noch. Äh, sicherlich wird wohl vielleicht vorkommen. Oder nur noch zwischendurch, weißt du? Probier das mit. Keine Diskussion. Naja. Nicht vor Deppung wollten, ne? Ich brauche dich hier um Sanctuary zu beschützen. Wenn das... Es ist soweit, Leute. Lilith, Mordecai, ihr beschützt die Stadt. Okay. Bricksock für Luftunterstützung von 1000 Katze aus. Und ich klettere hoch zu Control Core Angel. Noch Fragen? Ja? Warum gehe nicht ich? Ich will halt fühlen, dass wir Duckwing heimzahlen. Das wirst du auch noch. Mach' noch mal Truhe öffnen. Aber im Moment musst du Sanktually beschützen, und dass hier wieder nur eine Falle ist. Ach, ja. Du bekommst deine Wache, Mordecai. Das verspreche ich. Wenn du das sagst, Roland. Hm. Hm. Das wird mal sehr. Wir werden wohl sterben. Es wird Zeit, Claptrap nach 1000 Katze zu bringen. Er muss das Kraftfeld lahmlegen. Lasst sie leiden, Leute. Das wird sicher lustig! Das wird sicher lustig! Was war das denn für ein Raketenwerfer? 10.000? Was? Gieb! Scheiße. Fick dich. Gieb? Nö. Es wird vermutlich einige über... Eure Hand auflaufen! Warte mal, bevor du dann gleich weitermachst, ne? Ja. Ähm, Raketenwerfer Blitz mit 5000. Sweet! Willst du mal einen anderen Raketenwerfer haben? Ja. Ich habe einen mit... Oh, da bin ich ans Headseck gekommen. Mit, äh... Ne, ich hab äh... 7.500 hab ich. Ja, der andere ist aber mit Korrosion. Die meinte ich. Ja, aber wie viel hat der? 4000. Ja, bringt mir nix. Kannst verkaufen und wiederhaben. Das bleibt ja liegen. Ich habe noch. Danke, danke. Ich habe noch. Oh, gold... Oh, goldener Anzugsfinger. Oh, das steht mir eigentlich ganz gut. Oh. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Das ist ne 10.000 hat er. Ne, ne. 10.455. Was? Der Raketenwerfer. Der Raketenwerfer. Übertreib. Hi. Egal, wir nehmen ab die raus. Das soll ja werden. In the middle of the night. Oh, 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 oh. Du bist so behindert. Oh, oh, oh. Komm wir nehmen die hier noch. scherbel noch und dann eben jolo weitermachen platz schreibe und vom kommando kommen wir machen das kommando 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 und krieg ich so wenig panzer fäuste das kann weg dass man weiß wie ich die slag war frankie behalten und die gut ging alter die sie immer noch so schwach kommen den koalitionsraketenwerfer den bacher hätte ich auch das heißt der fällt eigentlich weg die fand ich alle flach und die brenzen verbreite ich kann mich kaum noch was auch aber scheiß drauf was habe ich denn momentan eigentlich davon denn den ständchen maximal es geben so verkaufen 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 was war das ich bin ein beladener hamster ich glaube ich kann den safe erhöhen habe ich noch mal zwei plätze im safe voll uninteressant kann man es nur interessant wenn man noch mal spielt so habe ich ja schon da ich sollte eine munition kaufen ich war jetzt eigentlich nur das übertreiben was war das sniper mit feuer schaden die kugel gehen um die ecke oder was 14 schuss das ist natürlich ein bisschen heavy ne das ist wirklich das stimmt das ist wirklich das stimmt nein munition noch kaufen ich glaube ich hätte mal kurz meinen sniper money auch das ich habe momentan noch kurz platz ich habe noch mehr davon dabei ich habe mich eben selber mitgetroffen ich habe eben gegen die wand geschossen und gegen die treppe geschossen du bist so blöd nein 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 können wir warte ok deaktivieren ach haben wir schon gib dir nach tausend katz du musst jetzt so machen so du kannst ok sicher ja ich muss mich noch mal rein weil ich mich selbst getroffen habe ach jetzt mal so die frise in the middle of the night schon wieder hier hin na klar na fausend katz triech dich mit klapp dort ach tausend kotz tausend kotz das Problem ist sie sind immer noch freundlich sterb weißt du was hier frisst einfach diese granate ok pass mal auf boah endhaft diese einen granaten die du auch hast ne die zieht die kacke an oh 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 okay oh sweet wei ok wenn du schaffst schaffe ich es auch meinst du sicherlich ach ich bin so einfach boah eh schlecht bin oder was und wenn ich das schaff ja boah ehrlich klar ich bin gleich tot ja und deswegen ehrlich ist ja nicht mein problem oh oh ach das ist ein schutzschild ding ok mhm ja den schuldschild rein und ganz schön schaden nehmen ja ne wieder da liegt die euridium meins komm klebteb komm zieh durch na instead durchgelaufen wir sind so bescheuert ne öffne dich vorwärts das kann ja auch nur uns beiden passieren ehrlich klar vor allem wir sind gleichzeitig gestorben bei in der bienen warte mal da das kommt jetzt meine korrosionswaffe wieder nehme ich einfach die tausche ich gegen die aus das schon wohl korrosions gegen schock ganz gut ist oder so passt das schon dann machen wir schock und korrosion zusammen als maul jünger schützt ich weiß nicht bei der bult ich würde dieser kultur boulder kapiere ich nicht dass er so fett ist und so stark ja das kann weiter runtergekommen ist ja soll das ist tot aber springt weg ist klar nix reicht man komisch da irgendwie nicht zu schnell ja ich bin da hinten ich damit ziehen könnte wäre es viel einfacher ich kann nicht kommen nicht auf den modus drauf ja sollte halt dann gibt es eine scheiß kugel ab du lebst noch erlebt noch ja ist klar konstruktor konstrickstor konstrickstor ich bin ja schon wieder tot ja jetzt gebe ich einfach hier noch g e na ja wow was will ja auch von hinten ist klar nips noch nips noch nips noch nips noch nips noch nips noch nipsch 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 schlägt vor dass sie die einfach ins gesicht schlage ich häng ja hinten auch um ja schaffst du es oder schaffst du es nicht oh du kriegst besuch